Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video oder besser gesagt Sky House Challenge. Erstmal danke an die Mitglieder, Jochi, Reax und Richtiger, Ehren an der Stelle. Ich habe mir heute eine Challenge ausgesucht von Sasuke HG und er schreibt HG Challenge. Spiel auf der Hexen-Map, weiß leider nicht mehr wie sie heißt, und sammle Pilze und Bowls. Und du darfst dich nur durch die Zoops heilen, nicht durch Gold, Töffel, Potions oder ähnliches. Und Space Maxut schreibt nochmal Sorcery. Das heißt Leute, wir spielen heute auf der Sorcery-Map und dann gibt es Action. Da warten wir bis ein paar Gegner, äh, bis ein paar Spiele kommen und wir dürfen uns halt nur durch Zoops heilen. Auf der Map gibt es ein paar Zoops, habe ich schon mal gesehen. Und ich bin ja eh nicht so ein Zoop-Player, deswegen wird es vielleicht ein bisschen schwierig für mich. Aber ich nehme natürlich die Challenge an, Leute. So Leute, erste Runde, ich habe das Creeper-Kit genommen und ich werde jetzt nicht direkt in die Mitte rushen, sondern wir werden uns hier ganz gechillt die Zoops holen, damit wir schon mal ein bisschen Ealing auch haben. Oh Leute, ich sehe gar nichts. Auf jeden Fall, die Zoop brauchen wir hier. Genau. Ich habe schon gedacht, die droppen gar nichts. Ich hoffe mir mal, dass wir hier ungestört bleiben können für eine Weile. Ja, perfekt. Das reicht sogar eine Bowl. Und für die Ersteinsel sollte das auch irgendwie... So, mit denen können wir zielen. Auch wenn wir nicht das Sub-Kit haben, das sollte auch gehen. Let's go. Gehen wir zum Alex hier hin. Oh. Oh shit. Äh, für Wasser. Weil jetzt hat er mich mit Teal-Post geborfen. Ist das okay? Ja, das passt. Ich war eh voll. Haha, da geht's ja mal ausloggen, bruh. Oh mein Gott, das ist so schade. Komm. Ja? Alrighty, let's go. Ne, manchmal... Auch die Länge, ne? Oh, das war ein schöner Lackback. Ja, ich hole mich hier unten die Pilze nochmal. Wenn wir hier schon noch bei anderen Inseln sind. So, ich mach mal so, dass man sich nicht voll essen kann. Und ich werde auch wegschmeißen, weil man kann sich ja mit den Pilzen auch quasi essen, wenn man es niegt. Und damit die Challenge, ich sag mal, nicht zu einfach ist, weil alleine schon die Supes, äh, die sind schon ein krasser Vorteil. Deswegen kann ich den machen. Sollen wir das versuchen? Let's go. Mal gucken. Oh shit. Das ist ja keine gute Idee, scheiße. Ich hab auf jeden Fall das Gefühl, dass das eine Einfeierer-Challenge wird als die anderen, muss ich sagen. So, let's go. Komm, greepa. Greepa. Oh, der ist Frieden, der hat keine Wüste noch. Oh, genau, ausgedrungen dann, wenn ich ihn hüte. Let's go. Oh, der zieht durch. Wow. Wollen wir ihn lassen? Hä, er macht so Faxen jetzt. Hey. Ich brauche es hier erstmal zu. Kann er entscheiden, was er macht. Muss er jetzt. Er wird wahrscheinlich leben. Aber. Ich werde ihn mal erstmal lassen. Oh, jetzt kommt sicko-move, Leute. Oh. Nein, das war so ein geiler Kill. Okay, das war's. Okay, allergutem Ding, das sind drei, Leute. Man kennt's. Man kennt's. Jetzt denken wir uns halt den hier. Den Koala. Nice. Haben wir ihn. So, da ist Ibims. Eins. Pizza. Oh. 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 Das könnte auch schief gehen, ja. Oh, nicey. Haben wir noch. So, oh, hat eine Annabelle gehabt. Das ist sehr juicy. Ich glaube, ich muss hier Cover absetzen. Oder? Ja, ich bin dumm. Ja, ich bin dumm. Oh mein Gott. Scheiße. Jetzt haben wir aber aus den Lektionen gelernt. Wir werden uns nie mehr wieder hier so normal überwerfen. Oh, das sieht man hier. Ein Baum dagegen ist. Okay. Okay. Reicht es? Ich glaube, es reicht sogar. Ja, okay. Mein Redister. Reicht es. Oh. Hat sogar gesehen. Ja, das ist kritisch. Oh nein. Ehrenlos. Oh oh. Hehehe. Ja, moin. Nein. Alrighty. Oh nein. Nein. Mann! Ich hab keine Hose gehabt. Ich hielt einfach Tuddle. Beast Boy und hat einen Tuddle-Skin. Nice. Oh. Okay. Okay, okay. Respekt, Eibu. Die ist schon, oder? Ich glaube, hier muss ich durchziehen. Nicht keine Leih. Oh. Da oben ist auch noch jemand. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen Water-Stuff machen. Ach, der ist unten. Lol. Okay, hier wurde komplett gesprengt. Alles klar. Will ich schon ziehen? Nee. Äh, langeln. Oh. Moin. Ich komm nicht. Oh mein Gott. Alter. Als ob wir uns hier gesaved haben. Ich bin weg, Alter. Ich bin weg. Oh. Scheiße, ey. Oh, das war die nicht. Oh, oh. Oh. Nein. Fax, lass mich. Okay, was machen wir jetzt hier? Das ist die Frage. Ah, oder? Oh, oh. Healpots. Pog you. Hier, Mann. Okay, GG, Mann. GG. Jetzt brauchen wir noch ein paar... Äh, gut. Joa. Wir brauchen ein bisschen Braunes, würde ich sagen. Oder wir machen den hier kurz. Never mind. Wir machen gerade gar nichts. So, jetzt... Das ist noch nichts. Mann! So, den müssen wir jetzt machen. GG. Eine Perle, natürlich. Ich würde auch gerne hochgehen, ne? Oh, Gott. Oh, Gott. Was? Ähm... Nein, lass mich durch. Alter, kann ich da bitte... Alter, Gomme. Jetzt mach keine Faxen mehr. Oh, Pog you, Leute. Für jetzt nicht, kann ich hier generieren. Can I? Nee. Kann ich... Nee. Star... Schwierig. Ich geh in die Möre. Da hab ich alle meine Sachen. Wieso geh ich da auch nicht sofort hin? Sollten wir eigentlich genug haben. Und den... Down hier. So, und jetzt will ich gerne... Ah, wir sollen Ordnung hier hereinbringen. Perfekt. Ich weiß auch nicht, was die alles haben, so. Hey, ich hab doch... Oh Gott, was ist das für ein... Block, ey. Das sehen wir, ja. Ja, jetzt ist halt das Ding. Jetzt ist halt das Ding, so, ne? Oh, oh, oh. Ah, okay. Interessant. Ja, ja, ja. Hab ich schon gesehen. So, den haben wir schon mal. Oh Gott, let's go, Mann. GG. Ey, das war echt ne geile Runde, Mann. Das war echt ne Challenge. Ey, das war richtig... Ich hab nicht mal Sub's benutzt, nur zum... Nur zum Essen, quasi. Also eigentlich war das auch ne... Etwas einfache Challenge. Für einige von euch wäre das... In einer Runde machbar easy. Aber ich kann halt nur suchen und das war ein bisschen weird für mich. Aber trotzdem... War es ne geile Folge, würde ich sagen. Wir haben jetzt 50 Minuten aufgenommen. Äh, das liegt auch daran, dass ich... Ja, immer die gleiche Map auswählen muss. Das heißt, ich muss auch ein bisschen warten, wegen Sorcery. Aber... Und dann würde ich sagen, Leute, falls ihr noch Challenges habt, schreibt sie in die Kommentare. Und dann nehm ich mir ne geile raus. Seid ein bisschen kreativ. Sagt nicht nur so, yo, ähm... Jetzt ohne Essen zu schaffen und so. Sondern einfach so ein bisschen kreativ vielleicht. Ich weiß nicht. Ihr werdet euch selber einfallen lassen. Dazu gespielt, gerade zu Wahlgames. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. HotSwordEyeLoader. Oh, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.